Dieser Ford Tourneo steht hier zum Verkauf. Acht Personen haben in diesem schwarzen 5 Thüringen Wind Platz. Der Wende besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 155 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 35.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohaus Kögler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.